Nicht nur in Österreich gehen die zuletzt wieder gestiegene Anzahl an Neuinfektionen auf die Urlaubsreisenden zurück. Auch Deutschland oder die Schweiz haben ähnliche Probleme. Dabei steht zunehmend eine Bar im kroatischen Makarska im Fokus. Lokale Medien nennen den Ort bereits das neue Ischgl Europas. Wie nun bekannt geworden ist, stecken sich nun auch Österreicher in der Corona-Bar an. Im Ö3-Wecker berichtet am Montag eine junge Frau aus Kärnten, dass sie sich in dieser Bar angesteckt habe. Martina E. ist mit ihrer Schwester und einer Bekannten im Makarska am Strandurlaub und auch in der Makarana-Bar zu Gast gewesen. Daheim in Österreich begibt sich die Reisegruppe in Selbstisolation. Die Testergebnisse fallen alle positiv aus.